Und da hat er die Waffe im Anschlag, an Showdown, diesmal mit neun Kugeln langen Munition für die Avtomat und die Uppercut einfach nur um die Munitionskapazität in die Höhe zu treiben. Da haben wir noch eine Munitionsbox dabei, die üblichen Spritzen ist Sticky Bomb für die Butch Bitch und Philipp ist auch im Schlepptau. So. Dann ernst. Guck, ich hab dem Pferd eine kleine Streichereinheit gegeben und dann hat es aufgehört, sich zu beschweren. Da fallen Schüsse im Nordosten, das ist Pearl Plantation. Sollte man eigentlich, wenn man Avtomat spielt, am Anfang einfach mal in die Luft schießen, damit die anderen Leute Bescheid wissen, dass sie Schiss haben sollten. Ist der Dude vielleicht, ja? Ist der auch den Dude? Hast du einen Hinweis? Nicht ausgeschlossen, dann lasst er hin. Können die noch auflauern? Weil die werden hier hinkommen. Oder zu Heredage. Ich glaub, die haben sich nur kurz geheilt. Hunde. Fass. 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 Wollen wir uns ransneaken, oder? Ja, da bin ich. Meinst du, das sind Leute, oder? Ich glaube, wir sind noch mehr als ein Team, ne? Auf jeden Fall. Obendrauf. Die haben ARC zu kämpfen, schön in Deckung bleiben. Kommt wieder hier rum? Jo. Hab ich gesehen, sehr gut. Ich kann nicht sehen, ob das... Ah, es bewegt sich aber noch nicht mehr. Hast du jemanden gesehen? Okay. Oh, in der Tür oben, in der Tür oben. Scheiße. Sein Buddy ist wieder am Leben? Oder hat sich geheilt? Nice. War... Der hatte einen Hut und hatte ein weißes Shirt, war das... Ja, ja, genau. Das war der, der da eigentlich lag. Der hat sein Buddy nicht geholt, meinst du? Doch, doch. Das war der, sein Buddy. Aber da fliegt was. Da ist einer tot. Wo ist noch einer? Upsack. Ich muss mich heilen. Wo ist es geschlossen? Ah, da. An dem Fenster. Okay. Hast du eine Pingung? Hinter der Tür bei mir Ruckerskaner. Da hinten ist ein anderer Ich habe ein bisschen die Optionen klein gemacht, wir müssen unsere Position mal wechseln Wir müssen da eigentlich zusetzen, weil der ist nur noch alleine, ne? Ja So Pass auf Ja der stimmt, der ist draußen, der ist safe draußen Er ist unten We got you boy Okay Ich bin getötet worden, scheiße Ich bin doof in den Hive reingelaufen Hat der dich erschossen? Oder was passiert Ich glaube Sie haben ihn erledigt Das ist ein anderes Team, glaube ich Das ist ein anderes Team, ja Das ist ein anderes Team 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 Ziemlich sicher, dass sie auf dem Balkon sind. Ah ne, der banished ja. Das ist eben auch einer zu hören. Ja, der war trotzdem ne schöne Runde, man. Aber so nimmt eine gute Session auch meine Hände. Leider konnte ich die Automaten nicht einsetzen. Mit dem blutenden Herzen. Alter, das war nur ne 12 Minuten Runde, krass. Mit dem blutenden Herzen sage ich auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Und ja, wahrscheinlich werden wir dann auch nochmal zeitnah irgendwelchen Content bringen zum Serpent Moon Event. Und bis dahin, halte die Ohren steif. Zähneputzen, freundlich sein, die beiden wichtigsten Sachen. Und bye bye, Leute.